Die Pforte Die Pforte Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wohl an. So sollte er seine Kraft zurückerlangen. So, willkommen zurück zum nächsten Part. Die verschlossene Pforte. So, nächstes Hauptziel. Okay, da gibt es also mehrere Hauptziele. Ich weiß gar nicht, ob er es ist, aber im letzten Mal. Ja, ja. Gut. Das ist ja klar. Hey. Okay. Da gab es keinen Sinn. Okay, egal. Wir gehen dort hin. Habt ich eh so vorgehabt. Ja, jetzt wirklich. Ich hab das gesehen. Okay. Ich kann Fallschaden. Achso, über den Stein. Den kümmere ich mal eben. Ah, okay. Er. Ich hab das letzte Mal. Okay, gehen wir nur. Der Typ mit Bogen. Den hab ich schon oben gesehen. Der Bogen ist jetzt meiner. Alter, Holzbogen. Haben wir jetzt auch. Nice. Steuerung ist hier. Obwohl ich das bedrückt halte, denk ich immer, ich muss rennen. Kann man vielleicht die Steuerung ändern im Spiel? Wie geht das? Komm schon auf die Steuerung rein. Das war da eben so schön gemacht. Hier. Einstellung. Ich muss die Steuerung ändern. Was heißt das? Das ist falsch. Das ist falsch. Kann man das nicht selber einstellen? Was ist denn das? Textfenster. Dunkel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das geht. Aber das geht gar nicht, glaube ich. Guck mal, da ist so was. Oh, Heile. Sehr gut. Heile brauchen wir. Oh, Scheiße. So kann man unterbreschen. Jedenfalls wär's anders, aber... Was ist jetzt? So, oh nee, kann man die auch reparieren vielleicht, die Häuser? Auf den Boden, hier. So. So. Ich glaub nicht, ne? Schade. So. So mal hier. Was kommt da? Kann doch was. Was? Ach, runter. So. So. Oh, ey. Also, wir gehen erst mal den Turm hoch. Sorry. Okay. Oh, zwei Pilze. Sportpilze. Das sind die Pilze zum Klettern. Okay. Was ist denn hier? Äh. Da kommen wir garantiert nicht hoch. So. Äh. Hinten. Was ist denn Scheiße? Oh, hm. So. So. Oh. Oh. So. Oh. Hallo. Das ist der erste Dungeon. So sehen die Dungeons aus. Oh, ist das unterschiedlich wahrscheinlich. Interessant. Sehr, sehr interessant. Der erste Dungeon, den man betreten muss. Weil normal. Muss man die nicht betreten. Also, zumindest manche nicht. Ich glaub das war auch beim ersten Teil so. Der erste war Flicht, aber danach die nicht. Aber ich werde auch so gut wie alle nehmen. Wenn die machbar sind für mich. Dies ist der Bunch rein. Ne, versiegeln dir. Wurzeiten mit dir bei einer Lichtkraft. Das Böse. Wenn du einen Arm in diesem Licht behalest, das kannst du... Hm. Ich nehme aus. Okay. Ah, dieser unpassende Arm zu ihm. Ah, die Musik ist auch gut. Der Sound effect. Den man kennt. Ja, das haben wir ne Fähigkeit, die wir hier einsetzen müssen. Wahrscheinlich. In den Bandschrein zu... Meistern. Weil es sind ja teilweise Rätsel in diesen Bandschreins. Mit dieser Fähigkeit kannst du die entfernten Objekte gereiften. So lange die Hand. Ah, okay. Das ist genau das gleiche wie in den ersten Teil. Nur, dass es keine Hand hatte. Da hat man... Scheiße, ich dachte, man hat seine eigene Hände genutzt, ne? Okay, okay. Jetzt ist es nur müßlicher geworden. Okay. Mit 11. Okay, aber es wird nicht schwer sein, weil es der erste ist. Du weißt? Du weißt... So... Easy. Du weißt? Die Musik, ne? Wie wir es geschafft hat. Das ist aber mal... Rechte Probleme, ne? Verbinden Äh Kann man beide Geiße was war Kann man das Teil drehen Ich sehe hier ein gar nichts Oh Oh Kann man die Gehe 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 Ich the Gehe Was habe ich hier wired Gehe Ja Alter. Zum Beispiel probiere ich was aus, ob ich hier hochkommen kann. Man muss sich daran festhalten, oder? Junge! Du fahrst schon. Als ob der sich daran festhalten kann. Okay. Ja, das ist halt einfach, aber... Oh! Aber ohne Kaffee, weißt du nicht. Jetzt muss ich mal das andere auch noch mit dran. Oh, da war's. Klar, ich muss den ganzen Raum neu machen, oder? Oh. Ah, Fleisch. So. Oh. So. Erste Truhe. Bernstein. Okay. Oh. Oh. Scheiße. Oh. 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 ich muss ein Ding inspawn warum bleibt die denn so? warum kippt die denn so um? das ist doch unlogisch komm schon so ein Ding nicht nach oben da greifen oh Scheiße ähm warte das ist ein Taillebaum ok ja 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 warte die letzte Geschichte umgedreht ja 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 und lieber gemocht hatte aber es ist ja was anderes Hätten wir jetzt das alte wie reingebracht wem Jaaah Das wäre wieder langweilig Boah weil die sind jetzt neue diese Oh! Kein Ton. Das ist ein Schrein mit Bravour bewältigt, also mit Bravour, ja, 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 genau. Ich hätte zuge... Zweifel auch. So ist das. Hm. Natürlich. Okay. Ich entscheide nicht. Index. Nur was hier sicher ohne mir reicht. Ich könne dazu das Verglas des Pura-Pilz. Okay. Okay. Gedrückt. Ah ja. Ist das die Eins? Hier ist da auch mal was. Hm. Hier ist ein Schrein. Hier ist ein Schrein. Hier ist ein Schrein. Die Schrein wird erstmal zu. ich weiß wo das eins ist, hier ist doch eins ok das ist wahrscheinlich schon in der Mitte warte mal kann man jetzt da runter gehen ich hab da hier was gesehen wo kamen wir denn? hier kann man da runter? ohne Schaden ich bin nicht neu ich bin schon interessant aber irgendwie Fummelsarbeit sagen wir es gapen ist nix für eine Stunde oder so was ist denn jetzt hier? das sind noch mehr Sachen, die ich verbinden könnte aber im Prinzip ist hier gar nix das ist ja voll über Arsch nö, hier ist nix toll ok wir müssen einmal hier rein oder? warte mal ich würde sagen hier rot als nächstes mach ich so ein Schwert haben wir auch so ein Segel also irgendwie wird das nicht auf dem Karten markiert, bitte mach ich doch was boah cool rot ist da lang ach der muss sogar lang ok 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 alles klar alles klar soo was ist denn da? ist da wieder was neues ah ja wir sehen unsere Unterstützung erschaffen aber schon weiter fangen ja hm 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 ok Reizbinden und hier ist noch was zu untersuchen hey ah ist so ein Eisding toll hey hey super mach doch achso ja jetzt sieht man auch ich kann hier den Block hat ja nicht gemacht den Baum verzeihung ich war ganz verdient bei Arbeitsfellarbeit ok 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 ja das ist halt das kennt man ja auch die Steinax das ist auch ok das ist auch was haben wir denn hier das ist wie ne Limo standen achso das ist hm das ist auch hier runter die Segeln das ist auch nack's das ist voll voll hm so aber die Äste sind nicht mehr das geilste wir haben kaum Stämme wir haben kaum Stämme und so ein Schichtchen hm 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 ja okay sieht aus wie ein Kruppelsteil hm 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 Oh, das sieht echt wohl für Kupit aus. Oh, das sieht echt wohl für Kupit aus. Keiner außer sein so. Oh, das sieht wohl aus. 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 Oh. Oh. Oh, das sieht wohl aus. Oh. Oh. Oh, das sieht wohl aus. Oh, das sieht aus. Das ist Wasser, ne? Fein, du möchtest nicht das Ding, du wüsst dich sehr, aber kommt nicht so weg. Das fällt schon so aus. Jupp. Jupp. Ist das hier so ein Stau oder ist das das? Oh, das ist ja so. Jetzt ist er frei. Dong. Dong. Ich will kochen, nicht im Atem. Jetzt haben wir ja nicht wissen, was kochen ist. Ich weiß aber nie. Aus dem ersten Teil. Ja, das ist ein paar Aussage. Das spurt dich. Ich muss es mal die Tür. Jupp. 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 Schöpfe! Schöpfe! Oh, okay. Oh, okay.